Und guck mal, hier meine Laufschuhe, die ich bei der letzten, äh, hier, ähm, Fick-Mühlen-Wanderung angezogen hatte. Die sehen so aus, die haben so eine voll Fettlöcher drin. Damit war das immer voll schwierig gewesen, irgendwie viele Kilometer zu machen. Vor allem, weil das hier die ganze Zeit keinen Grip hatte, wegen dem Haarplastik. Da bin ich immer wieder weggerutscht.